Einen kleinen Zusatz zu den Outposts und zwar gibt es dort zwar eine Safe Zone, aber um ins Global Inventory zugreifen zu können, gibt es hier kein Zelt mit den Tribes vorne dran, sondern ihr müsst hier an solche kleinen Wohnwägchen gehen und dann einfach wie gewohnt das Global Inventory aufrufen.